Hallo und da sind wir wieder zurück zu der neuen Folge Rainbow Six Nein Spaß Wir sind zurück bei Minecraft Opus und zwar wieder allein, Holzi ist immer noch nicht da Also spielen wir das noch alleine Denkmal nächste Folge oder übernächste ist ja wieder da Bauen ist sowieso nicht sein Ding, übernehme ich das Und ja, gehen wir beim Stubbeln Das wird da eben noch gecrafted zwischen den Aufnahmen So, aufgestanden Der Baum stellt immer noch Als kleiner dar Stellen wir den halt Hier hin Ich will dich nicht Wohl, vielleicht stellen wir mal Dicht da hin Hoffentlich wird er schön groß und stark Jo Und noch einmal Hier bitte und Hier bitte Und dann bauen wir uns da so ein bisschen rüber Das wird jetzt nur hier so natürlich aussehen Dann hätten wir uns ein bisschen Anders aussehen Ja Also Themen Wenn Was können wir Über was können wir quatschen Eigentlich Ich finde immer gut Wenn ich hier keine Keine Mono-Unterhaltung halte Das finde ich mich immer ein bisschen bekloppt dabei Aber was will zu machen Aber was will zu machen Sammeln wir mal den ganzen Scheiß hier ein Dann schmeiß den Dann schmeiß den Einschmelzen Können wir auch noch mal gucken Eigentlich ist das Holz ist ein Part aber Währenddessen ich hier bin können wir das auch mal machen Hm Wie wollen wir weiter Oh der Baum ist gewachsen Yeah Waaay Jo Attackieren Alles wechseln Oh ist die schöne Krone Brauchen wir wieder den Baum wo wir den rasieren können Ja Baum rasieren Ich geh Bäumchen rasieren Ich hab immer noch keine Ahnung was das hier sein soll Bei mir wirds noch richtig öde ringsherum Ja cool Schweben sie trotzdem auch noch? Altar anscheinend Was ist denn das? Wann bist du denn? Knurre nicht so Knurre nicht so Sind wir beim Forger Statt da gerade Guck mal her Trau ich doch mal aufs Bild Rett der immer von mir weg Hab ich ihn nicht gewaschen oder was? Ist doch nicht immer so diskriminierend Ey Bin doch freundlich Mh Dann brauchst du nicht krummeln Es ist so Ja gut Warte auf Bleibt mir jetzt nur eine Möglichkeit Wenn du nicht bei mir bleibst Dann muss ich dich erledigen Nein Kann mit ihm nicht interagieren Also ist er anscheinlich zum töten da Wurde bestimmt schnell sein Nehmen wir gleich mal das Schwert Nicht so weil ich hinterher renn wie die Ochsen So komm her Ah dann essen wir mal noch was Sonst endet das Nicht dass er wegrennt Hallo hier bleib Robi Also wenn du weiter sowas trägst Sieht aus wie Quasimodo mit meinem Freund Oh ja Schmeiß dein Schwert weg Okay komm her Sorry Hier wohnen wir Oh Oh das Der ist böse Habe ich jetzt echt nur Ich habe eine Münze bekommen Uh und Das war's Aber der wird schnell sauer habe ich gerade gesehen Der haut dann zurück da hat er so eine Bällchen gekriegt Bällchen gekriegt Okay Ja schade Geh mal Bäumchen rasieren Gerade noch einen gesehen Ne boah Gut Und ich habe noch nicht gesehen von welchem Modpack er kam Das war jetzt nicht so schlau Weil heute ist mein Modpack Ahnung Dich ja gleich freie dich ja später fragen können Schere Schade das war jetzt echt doof Aber ich guck's mal den Aufnahmen nochmal an Weil ich hab ja ab und zu mal auf ihn drauf gehalten Mit den Herzen Können wir ja mal nachillern Gut der Baum kann weg Okay dann nicht Dann nicht Hallo Gut Er will nicht Timber Sagt nee Okay Wie viel haben wir jetzt 37 das reicht doch nicht ewig Ach hier Also das wird bestimmt geil weil Wer jetzt Jetzt hier Was mit Reaktoren und so bauen Wird bestimmt geil Ich glaube wenn ich alles ab mache Geht Wird das bestimmt Na im E-System Ja im E-System wird geil Ja im E-System wird geil Deswegen haben wir bald das Weg mit den ganzen Trickkisten da Weil wir bauen das mal Sieht schon ein bisschen schräg aus Dieser einsame Baum da oben Aber naja Den bestimmt man auch noch ein bisschen Wenn der Baum dann ja endlich mal gewachsen ist Hoffe ich doch endlich mal Dass das dann passieren wird Tun mal noch ein bisschen hier dran rumfuchteln Solange der nicht wächst da drüben Hey tu nicht Ich habe jetzt ein bisschen Busch gesammelt Nein Flix Und wieder hoch auf buff Los Nicht so gut Das ist ja Die 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 Sieht scheiße aus, kacke. Kann man doch voll machen, sieht doch voll freisch aus. Guck mal, sieht aus wie so eine geile Lande, die sich ringsherum gewickelt hat. Hey, voll fresh. Bin so ein Fanatiker. Für mich kann man so, mich kann man dafür begeistern. Ähm, bauen mal hier eben noch. So eine Krone halt noch drüber. Ups, zahle. Also wirklich verbauen kann man sich hier nicht, ne? Wollen wir bloß gucken, dass man jetzt nicht unbedingt alles so eckig setzt. Oder dass es ein paar Rundungen... Was labere ich eigentlich für eine Scheiße? Aber naja. Ich hoffe, jemand weiß, wie ich das meine. Dass man sich eigentlich mit Laub nicht viel verbauen kann. Und wenn man das macht, dann ist man hohl. Oder einfach schlecht im Bauen. Ich denke, ich hab mich verbaut. Also bin ich schlecht im Bauen. Wir schlafen erstmal hier oben. Und mal gucken, was dann weiter... Wie es dann weiter geht. Das habe ich jetzt ehrlich nicht machen müssen. War auch schon wieder dumm. War auch schon wieder. Ach, nö. Ey, wie so oft muss ich denn noch Bäume abrasieren. Und da ist ein Zebra. Das wird bestimmt vielleicht in den Ohren voll jaulen. Komm her, komm. Kusch nicht. Oh Mann. Das war eine Schere kaputt. Oh, ey. Rohstoffe vor dem Wind. Wenn wir fertig sind, haben wir da so einen Riesenklumpen am Baumhaus und ringsherum keine Bäume mehr. So wird das aussehen nachher. Beine nicht. Das war ein Erbbergkuchen. Alles, was bei der Erbberg gemacht hat. Erbberg-Yoghurt. Also das ist bei uns zu Hause zumindest. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir haben auch noch so Jannisbärsträuche im Garten. Die sind ja, das ist ja sowieso. Da habe ich mich mal so... Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Der war ziemlich jung. Da habe ich mich auf den Rücken gelegt und unten drunter alles abgefressen. So, weil da war so viel dran. Du musstest dich gar nicht bücken. Du konntest einfach mit dem Mund alleine da rangehen und konntest alles abfressen. Essen. Mensch, wir sind zivilisiert. Das sind zur Erinnerung. Und was wir nie hingekriegt haben, sind Blaubeerbüsche. Wir hatten mal so einen Blaubeerbusch. Und egal, wo wir ihn hingestellt haben, der ist immer eingegangen. Wir konnten ihn gießen, wir konnten ihn düngen. Der wollte nicht. Also hat man keine Blaubeeren. Noch ein Jahr hatten wir das. Dann haben wir halt, naja... Ja, dann kamen die guten Freunde der Vögel und haben uns natürlich dann alles weggefordert. Das war einmal. Aber Erdbeeren sind bei uns und immer ein ordentliches Feld gezogen. Außer dieses Jahr. Dieses Jahr war die Erdbeerernte sehr mau. Und zwar leben wir so mit einem kleinen Nachbarschaftsstreit. Und der Nachbar war halt sehr unvorsichtig mit seinem Gift dann. Und dann gab er ein Gift rumgesprüht und er wünscht dann günstig. Ich weiß nicht, ob er was mit Absicht gemacht hat. Auf jeden Fall hat er unsere ganze... Mehr als die Hälfte der Erdbeeren vergiftet. Also die sind dann halt eingegangen, tot. Also hat man dieses Jahr sehr wenig Erdbeeren. Das war sehr traurig. Vor allem, ich freue mich immer auf meine Erdbeeren. Das fand ich nicht so gut. Aber ja. Kannst nichts machen. So, jetzt, wenn ihr diese dünnen Dinger... Genau, die wollte ich haben. Einer geht noch. Können wir noch ein paar von machen. So. Tada. Brauchen auch so lange. Natürlich auch mit Zimmer kompatibel, weil es natürlich auch Holz ist. So, jetzt habe ich euch jetzt noch besser was erzählt. Früchte, also wir haben endlich... Wenn wir bei uns im Garten so gucken, wir haben also richtig... Wir haben einen halben Obstgarten. Da gibt es Pfirsich, da gibt es alles. Auch Gemüse. Das tut meine Oma, die ist sehr gut. Die macht das immer sehr fein. Meine Oma, die ist, glaube ich... Ihr meiste Teil ihres Lebens im Garten. Aber ihr macht doch Spaß. Also. Ich will mit dir nicht tauschen. Wie machen wir das jetzt? Ich hätte jetzt gerne hier so... Wir bauen da ein Geländer drauf. Weil das ist ja jetzt... Ist zwar mit der grünen, ist das schlecht. Aber wir können doch einfach so ein... Geländer drauf bauen. Wäre auch nicht gerade besonders hässlich. Hoffe ich zumindestens. Äh, hier. Ah ne, dann nehmen wir schon mal die hier. Äh, den. Äh. Äh, mein Hut. Macht den Schatten geil. So. Hab ich jetzt keine mehr von denen. Toll. Ich kann jetzt auch ruhig ein bisschen rausgucken. Okay. 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 Ich kann jetzt auch ruhig ein bisschen rausgucken. So. 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 Finish. Wenn hier einer mal so hoch guckt, ist auch kein Verbrechen. Ist jetzt halt nicht, das ist jetzt nicht das Hauptbaumoss, das ist was euch, eine Terrasse. Nehmen wir es Terrasse, ja. Da haben wir es, unsere Eingangsterrasse, was wir hinballern, Rüstung, Stinde. Naja, wir wollen ja mal ein bisschen so das Modpack, wir haben ja genug Mods an Bord, die dafür gemacht sind. Wenn man sich hier das komplette Programm aufbauen kann. So. Schick, nicht hässlich. Und Regenfest ist das auch. Wisse kein Licht reinkommen? Hallo? Sieht doch geil aus. Also mir gefällt es, hat jeder denselben Geschmack. Ich glaube, wir können definitiv erstmal hier oben schon eine Fackel platzieren. Bietet sich der Platz da an? Geht auch. Da geht's auch. Schnicke. Fällt mir. Äh. So, wir sind dann schon wieder ein bisschen überzogen. Mit dieser Folge. Also, ja, ich bin sehr nicht produktiv. Ich bin sehr langsam, was das betrifft, aber wenn jetzt dieser Baum endlich nachwächst, wird das wahrscheinlich was werden. Also. How do you mind? Schalt's beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, äh, Minekraft. Opus. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Vielen Dank.